Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bloodborne So, jetzt gucke ich erstmal Ich habe ein bisschen nachgeguckt Wegen dem Teil, was ich suche Anscheinend kann das Ist das nicht der einzige Ort, wo das auftauchen kann Irgendein NPC wird ausgetauscht Zwischendurch mal, dass es einen gibt Die Frage ist doch, welcher? Eigentlich habe ich gedacht, dass es der eine im Verboten Wald ist Aber anscheinend kann es auch anderswo sein Das muss ich erstmal jetzt suchen Weil den geh ich schon, will ich schon haben Also er wurde zum Beispiel nicht ausgetauscht Als erstes muss ich suchen Ich glaube, ich bin hier falsch Moment Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss dafür Und dafür bin ich hier falsch Das ist gut Ich bin hier richtig Ich bin hier die Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ihr seid verflucht So, wirklich am besten Es gibt ja nämlich so Kandidaten, wo es sein könnte Die gucke ich zuerst nach Der kommt schon So, geht doch So, der eine ist hier unten praktisch So, die Hunde sollen mir nicht folgen Also du bist es nicht So, der eine ist hier Könnte das sein Ja, wozu Hölle? Das muss doch ja Das muss doch irgendwo sein So, der eine ist hier 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 Wo ist die Hölle? Wo muss ich suchen? Der muss doch irgendwo sein. Ich glaube, ich bin der Zweig auf der Welt geschlossen. Ich glaube, ich bin in der Hölle des Wechsel, Alle sechs Stunden sind auf der Hölle des Wechsel. Ich drehe mich von der Flasche. Ich bin der Hölle des Wechsel. Ich muss nachdenken, dass das ist. Ich bin der Hölle des Wechsel. Wo zur Hölle? Und da gibt es ja auch noch ein paar. Die Der David! So, ich werde hier wieder runter. So, ich werde hier wieder runter. So, ich werde hier wieder runter, denn hier sind ja auch noch welche. So, mal gucken wir mal hier, was es ist. Ja, den habe ich getriggert. So, ich werde hier noch eine Gabel. Oh, danke für die Zwillsbust, dein Scherben. So, ich werde hier wieder runter. So, ich werde hier wieder runter. Das zu suchen ist eine nervige Angelegenheit. So, ich werde hier runter. So, ich werde hier runter. Und da fällt er. Und hat was verloren. Zwei Blutviolen. Zwei Blutviolen. So. So, ich gehe mal hier nochmal lang. Danke für die Krächtseberkugeln. So. 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 Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo dieser Gegenstein ist. Der muss doch irgendwo sein. Muss ich das weiter nachforschen oder was? Ich weiß eigentlich, wo es den gibt, aber ich frage mich, ob... Ob das der einzige Ort ist, wo es den gibt? Oh, jetzt kommst du an. Aua! Nein, das! Aua! Aua! Der richtige Ort ist. Wobei es ja auch noch das gibt. Das Haus hinten der Hemmwegstraße. Wo zur Hölle ist der? Ja! So, weg mit euch! Nop! Hier ist es auch nicht. Wo zur Hölle? Ich weiß nicht, es gibt eine Person, die zwischendurch kurz ausgetauscht wird. Aber bis jetzt habe ich die nicht gesehen. Die sieht man ja auch nicht. Weil die hinter einem Fenster ist, das man nicht durchsehen kann. Eigentlich müsste es jetzt schon passieren. Tut es aber nicht. Po hacen, da ist es nicht. Alle zumachen. Über__- Oh, da gibt's ja irgendeine Bedingung Wie ich die kenne Wie ich die kenne Du bist nervig Hast du mich noch getroffen? Wie ich die kenne Wie ich die kenne Und so ist Patches Ja, das ist der Typ, der das hat Was ich mir eigentlich geben soll Aber der ist nicht hier Warum ist er nicht hier? Ich werde das nochmal nachgucken Aber diesmal wirklich Ich habe das schon mal nachgeguckt, aber irgendwie Guckt mir das irgendwie nicht vor Willkommen da, was für... Habe ich genug Ah ja, ich habe genug Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut-On Und bis zum nächsten Part Ich würde es nicht hierher sehen, dass ich hier mit dem Spot-On